Okay, ja, ich höre, wir sind live und damit sage ich herzlich willkommen zum Jacobin Livestream heute am Donnerstag zum Thema Job Guarantee, bedingungsloses Grundeinkommen oder Sozialismus und oder Sozialismus, also sehr großes Thema. Es ist ja wirtschaftspolitisch sehr viel passiert diese Woche. Wir hätten also Grund, ganz, ganz viel zu besprechen. Also die Schuldenbremse wurde gekickt und plötzlich an der Börse gibt es ganz viele verrückte Spielereien mit GameStop. Es gibt viel zu besprechen, aber heute werden wir nicht das alles auflösen können, sondern uns ganz grundlegend darum kümmern und um die Frage kümmern. Es gibt gerade eine Krise, eine Corona-Krise und alle Menschen brauchen soziale Sicherheiten. Da kommt die Frage des Sozialversicherungssystems, des Sozialsystems überhaupt nochmal auf die Tagesordnung, nochmal stärker als sonst. Und Linke streiten sich ja besonders gern und ein Streitthema der letzten Jahre, was jetzt halt wieder noch heißer diskutiert wird als vorher, ist die Frage bedingungsloses Grundeinkommen. Ist das jetzt die Lösung für so eine Krisensituation? Ist das allgemein eine Lösung? Und ein bisschen neuerer in der deutschen Debatte, aber in der anglophonen Debatte durchaus stärker diskutiert, ist das Konzept der Jobgarantie, also einer bundesstaatlich geförderten Jobgarantie, die das Recht auf Arbeit garantiert als Teil eines Green New Deal. Und wir haben zu beiden Vorschlägen jeweils schon Texte veröffentlicht bei Jacobin, weil wir die Debatte sehr wertvoll finden und weil wir finden, dass wir als Linke uns darüber austauschen sollten, wie eigentlich der Sozialstaat, mit dem wir offensichtlich nicht zufrieden sind, reformieren können. Und was ist eigentlich der beste Hebel dazu, um tatsächlich eine größere Transformation anzustreben? Das ist das, was wir Sozialismus nennen, zumindest jetzt hier in der Überschrift. Und ich freue mich sehr, dass ich zwei Ökonomen bei mir habe, die jeweils diese beiden Positionen vertreten. Bedingungsloses Grundeinkommen und Jobgarantie. Einmal für die Jobgarantie Maurice Höfken. Hallo, Maurice. Hi, freut mich, hier zu sein. Wir wollen uns als sozusagen der Gegner, aber wir wollen das gar nicht so als Megastreit machen, aber trotzdem natürlich in der Härte der Sache diese Debatte führen. Sebastian Thieme, hi, auch an dich. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Genau, die beiden haben auch Artikel jeweils veröffentlicht bei Jacobin. Das ist so ein bisschen die Grundlage der Debatte. Und wir wollten das eben nicht nur als Artikel nebeneinander stehen lassen, sondern jetzt auch mal persönlich besprechen. Und ich bin froh, dass ihr dabei seid. Maurice ist Ökonom und Betriebswirt und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag. Und darüber hinaus hast du jetzt, weil du so produktiv bist, zumindest in meinen Augen, noch ein Buch geschrieben, nämlich Mythos Geldknappheit. Du bist Vertreter auch der Modern Monetary Theory. Das ist ja auch etwas, was jetzt viele schon wahrscheinlich gehört haben mittlerweile, was auch so ein bisschen rüber geschwappt ist. Kannst du ja gleich nochmal erklären, was dein Hintergrund ist und versuchst es auch bildungsmäßig zu verbreiten. Also hast du mittlerweile auch einen YouTube-Kanal und versuchst so in kleinen, ansprechenden Videos das zu erklären. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Und Sebastian ist promovierter Diplom-Volkswirt und seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Subsistenz als Wirtschaftsmotiv, Wirtschaftsethik, plurale Ökonomik, Sozialökonomik und ökonomische Misanthropie. Und er hat mir versprochen, dass er das nochmal gleich erklärt, was das genau bedeutet, was dein Misanthropischer, was eigentlich dein Menschenbild von Ökonom oder dein Bild von Ökonom ist, was es so misantropisch macht. Das kannst du gleich auf jeden Fall noch machen. Und genau, wir werden das jetzt gleich so machen, dass ich die beiden konfrontiere mit Kritikpunkten, die es jeweils gibt an den Konzepten der Job Guarantee und des Grundeinkommens. Aber erstmal natürlich den beiden die Möglichkeit gebe, sozusagen ein Plädoyer zu halten für ihr Konzept. Vielleicht geht da auch schon gleich so ein bisschen Kritik am jeweils anderen, glaube ich, bleibt uns da nicht erspart. Und genau, wir werden auf jeden Fall versuchen, dass wir das ganz Stück für Stück den Ebenen nach, dass euch das klar wird, was die Unterschiede sind zwischen den beiden Konzepten. Und natürlich nehmen wir auch gerne die Fragen von euch mit auf. Wie gesagt, es gibt ja Verfechter und Kritiker, das ist sehr, sehr hart. Also stellt gerne alle Fragen, die ihr habt und wir werden das mit einbauen. Und natürlich am Ende noch die Frage, schließt es sich überhaupt aus? Also muss es sich ausschließen, müssen wir den Streit führen? Oder gibt es eine gemeinsame Perspektive? Also, aber bevor wir so versöhnlerisch anfangen, würde ich sagen, wollen wir erstmal klarziehen, was die Unterschiede sind. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mit der Job Guarantee an. Bei mir, Maurice, bist du hier oben. Und du hast also ein paar Minuten Zeit zu erklären, warum wir als Linke jetzt die Job Guarantee brauchen. Ja, vielen Dank für die nette und liebe Einführung. Also die Job Guarantee ist tatsächlich erstmal, sie kommt aus der Denkschule der Modern Monetary Theory, die hattest du eben schon kurz erwähnt, ist eigentlich erstmal gar kein Sozialstaatskonzept, sondern ist quasi die Antwort auf die Neoklassik oder den Neoliberalismus vereinfacht, die Arbeitslosigkeit nutzen wollen, um Preisstabilität zu erreichen. Das ist einfach erklärt, man setzt quasi darauf, dass wenn Vollbeschäftigung herrscht und zu viele Leute Arbeit bekommen, dann steigt die Verhandlungsmacht der Beschäftigten, dann fordern die höhere Löhne und dann gibt es Inflation. Um das zu verhindern, setzt man auf eine Reserve an mehr Arbeitslosen, wenn man so will, um quasi diesen Inflationsdruck zu verhindern. Und die MMT greift das quasi auf und sagt, lasst uns doch anstatt einen Pufferbestand an Arbeitslosen einen Pufferbestand an Beschäftigten nehmen und denen dann eben einen aufs Gemeinwohl ausgerichteten, zu sozialverträglichen Mindestlohnvergüteten, auf deren Motivation und Leistung und Qualifikation ausgerichteten Job anbieten. Es ist ein bedingungsloses oder ein universelles Jobangebot sozusagen an jeden, der Arbeit sucht, aber keine Arbeit im Privatsektor oder in dem regulären öffentlichen Sektor findet. Die Idee ist, dass es vom Bund finanziert wird, weil er natürlich die stärksten Schultern hat und von der Kommune, Stadt oder Gemeinde, wie auch immer, organisiert und verwaltet wird. Das ist sozusagen die Grundidee. Und das ist quasi der eine Strang, der dazu führt, warum eine Jobguarantee quasi als makroökonomisches Tool für Preisstabilität. Ein anderer Strang ist aber auch, wenn man an das Recht auf Arbeit glaubt, was ja auch tatsächlich schon in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht und das für erstrebenswert hält, dann muss man eben beantworten, wie denn das umgesetzt wird. Und die Wirtschaft alleine, die schafft es eben nun mal nicht, weil der Privatsektor, der schafft nur dann Arbeitsplätze, wenn die Wirtschaft brummt und wenn die eine Aussicht darauf haben, dass es profitabel ist, mehr Leute einzustellen. So, jetzt ist es aber so, dass es nicht immer profitabel ist und die Wirtschaft, die nun wieder auch mal Schwächephasen durchläuft. Und dann muss sozusagen irgendjemand bereitstehen, das ist nun mal der Staat, der da die Verantwortung hat, um die Leute, die gerade im Privatsektor keine Anstellung finden können, anzustellen und denen eine sinnstiftende und vernünftige Tätigkeit anzubieten, die dann diverse Vorteile hat, weil sie natürlich Teilhabe sichert an der Gesellschaft, weil sie Einkommen stabilisiert, weil sie die negativen sozialen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit überwindet, etc. pp. Können wir nachher nochmal dazu kommen, was die tatsächlichen Vorteile im Detail sind. Aber das ist quasi die Idee. Wenn wir Recht auf Arbeit sagen, dann müssen wir auch Jobgarantie sagen, weil ohne dass wir die Arbeitsstellen garantieren, garantieren wir, dass es irgendwann Arbeitslosigkeit geben wird, nämlich wenn die Wirtschaft nicht läuft und so bleibt quasi das Recht auf Arbeit vom Profitmotiv des Privatsektors abhängig, wenn wir ohne Jobgarantie weiterfahren. Soweit erstmal. Okay, dann wäre Sebastian, du hast jetzt die, du hast eigentlich die guten Start, dass du nicht nur dein Plädoyer halten kannst, sondern sogar schon ein bisschen reagieren kannst auf das, was Maurice gesagt hat. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, also ich würde sagen, dazu gehört auf jeden Fall noch mit einem auskömmlichen Mindestlohn, also Recht auf Arbeit, Recht auf tatsächlich diese Garantie und dann, dass es auch einen Arbeitsplatz gibt und dann auch tatsächlich ein richtiger, echter Mindestlohn. Jetzt habe ich dich, Ines, jetzt nicht ganz verstanden. Soll ich jetzt noch mal was zum Grundeinkommen sagen? Auf jeden Fall, genau. Ich wollte nur sagen, also wenn du jetzt schon, das sind Abgrenzungen zu dem, was Maurice gesagt hat, kannst du das natürlich auch machen. Also ich sage mal so, der wesentliche, also ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt immer diese, direkt diese Unterschiede gibt, weil ich aus meiner Perspektive schon sage, das gibt auch viel Überschneidung, aber ich glaube, der wesentliche Punkt, warum, was hier beim Grundeinkommen eine große Rolle spielt, ist, dass das Grundeinkommen ähnlich wie die Jobgarantie im Prinzip ein Anspruch ist, der universell gültig ist, allerdings im Unterschied halt zur Jobgarantie eben erstmals nur ein Einkommen garantiert. Also es geht jetzt nicht darum, jemandem sofort im Prinzip einen Job zu garantieren, sondern jetzt geht es erstmal mit dem Grundeinkommen darum, dass Menschen tatsächlich den Anspruch haben auf ihre Existenz, Existenzerhaltung, ich nenne das Selbsterhaltung, gesellschaftliche Teilhabe, und zwar als unverfügbares Menschen- und Grundrecht, das ist im Prinzip der ganz zentrale Dreh- und Angelpunkt, der hier immer und immer wieder auch, selbst bei neoliberalen Modellen, muss man dazu sagen, immer wieder als ein Argument herangeführt wird. Das ist im Prinzip der ganz wichtige archimedische Punkt. Und das Grundeinkommen heißt also, wie gesagt, einfach letzten Endes, dass jeder Mensch, Kraft seines Menschseins, eben halt einen Anspruch darauf hat, in der Gesellschaft zu leben. Und dadurch, dass in einer Gesellschaft halt viel über Einkommen im Prinzip das ermöglicht wird, oder dass man über Einkommen ja im Prinzip seine Selbsterhaltung gewährleisten kann, muss, läuft das auf ein Mindesteinkommen hinaus, was dann im Prinzip jeder Mensch haben können soll, dass dann halt einen den Zugang im Prinzip zur gesellschaftlichen Errungenschaften, an der Gesellschaft Teilhabe und sowas mit gewährleisten soll. Also das heißt, jeder hat erstmal diesen Anspruch auf so ein Minimum oder überhaupt so ein Existenzminimum. Das soll es, wie gesagt, für jeden geben, für jeden Menschen. Und es soll, dass es diese sogenannte Bedingungslosigkeit ohne Bedürftigkeitsprüfung einhergehen. Und das ist jetzt wahrscheinlich der Unterschied zur Jobgarantie vielleicht, dass man hier im Prinzip ganz bewusst sagt, ich muss hier nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Also ich muss nicht arbeiten. Ich kann auch sagen, ich möchte nicht arbeiten. Und trotzdem haben diese Menschen natürlich Menschenwürde und dadurch ist das im Prinzip auch, kriegen die dieses Einkommen auch. Warum dieses Grundeinkommen jetzt auch so eine große Zuwendung erfährt, hat unter anderem damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich viel stärker an der Arbeits- und Marktgesellschaft, mit dem marktfundamentalistischen Erwerbsmythos orientiert, wo wir zwar ein Sicherungssystem haben, Hartz IV, aber eben gerade letztes Jahr war die Debatte um die Sanktionen sehr stark. Man halt auch merkt, dass Menschen im Prinzip nicht wirklich das Existenzminimum, die überhaupt Menschenwürde zugestanden wird und das Grundeinkommen würde damit also Schluss machen. Man hätte im Prinzip immer ein Einkommen, was einem im Prinzip eine Basis ermöglicht. Und vielleicht noch ein kleiner Punkt, warum das vielleicht auch gerade jetzt in der Corona-Krise so ein großes Interesse geweckt hat. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Fällen, die jetzt in Anführungsstrichen zwar angewiesen wären auf das Hartz-IV-System, aber da auf einmal rausfallen. Beispielsweise Studierende, die jetzt ihren Job, durch den Job im Prinzip das Studium finanzieren. Wenn die den Job durch die Corona-Krise wegbekommen haben, müssten die sich sozusagen erstmal exmatrikulieren lassen, um dann tatsächlich Hartz-IV-Leistungen beantragen zu können. Das sind solche Fälle, die im Prinzip das Grundeinkommen mehr oder weniger obsolet machen würde. Und gerade auch in Bereichen, so Grenzbereichen, im künstlerischen Bereich, wo dann im Prinzip auch Probleme wären mit Anrechnungs, wo das am Anfang auch nicht so ganz funktioniert hat. Und wenn man sich mit Künstlerinnen und Künstlern unterhält, weiß man auch, dass es da zum Beispiel in unserem Sozialsystem mit Hartz IV halt schon auch Probleme gibt. Und einige dann eigentlich auch gar nicht das beantragen wollten, weil sie dann auch Nachteile hätten. Also insofern gibt es da auch verständlicherweise eine ganze Reihe auch von Leuten, die dann damit sehr viel anfangen können, dass sie dann halt dort tatsächlich ein Netz haben, was sie dann aufhängt. So, und das im Prinzip das mal in einer knappen Form. Vielleicht noch zwei Ergänzungen. Es gibt nicht das Grundeinkommen, sondern es gibt verschiedene Grundeinkommensmodelle. Da gibt es auch welche, die ich jetzt zum Beispiel auch nicht vertreten würde. Aber die werden in der Debatte auch sehr stark kontrovers diskutiert. Und man muss auch sagen, dass über verschiedene Aspekte auch innerhalb, also gerade Preisstabilität oder sowas, solche Sachen im Prinzip auch, manche blinde Flecken aufweisen in der Debatte, aber manche werden halt auch diskutiert. Also es ist halt alles, es ist schwieriger zu sagen, da gibt es dieses Grundeinkommen und damit hat es sich, sondern es gibt halt ganz unterschiedliche Modelle. Da muss man dann häufig halt doch nochmal genauer in die Tiefe reinschauen. Und da gibt es halt gerade, was die Frage der Höhe und so weiter betrifft, ganz, ganz unterschiedliche Auslegungen, wie hoch das Grundeinkommen sein soll und so weiter. Das muss man mit dem Hinterkopf behalten. Wenn ich vielleicht ganz kurz, nochmal ganz kurz darauf reagieren könnte. Hier wird quasi schon mal deutlich ein Unterschied auf einer Metaebene sozusagen, dass das BGE auf der Konsumseite dieser Welt ansetzt und den Leuten quasi da Freiheit in ihren Konsumentscheidungen verschaffen will, während die Job Guarantee auf der Produktionsseite dieser Welt ansetzt. Und beide lösen halt in gewisser Weise auch verschiedene Probleme. Also das Problem der Arbeitslosigkeit. Jemand möchte einen Job suchen, aus welchen Gründen auch immer, wird zum Beispiel durch das BGE nicht gelöst. Makroökonomische, also dieser Preisstabilisierungseffekt, zum Beispiel das Preis-Level quasi, dem einen Anker zu verpassen mit einem Job-Minder-Job-Guarantee. Das ist nicht das erklärte Ziel eines BGE. Das BGE will quasi das Einkommen kompensieren und dann kommen diese Preisstabilitätsfragen danach. Aber die sind nicht quasi das Feature, sondern die sind quasi dann ein Problem, auf das man trifft. Und deswegen, also da sozusagen, darf man die auch nicht immer miteinander vergleichen, weil die verschiedene Probleme auch lösen. Wenn ich mal ganz kurz zurückfragen darf, weil mir das auch bei deinem Artikel ein bisschen nicht ganz so klar war. Was meinst du denn ganz konkret mit Produktionszeit oder Produktion? Das ist dann, glaube ich, ziemlich trivial. Also die Arbeitswelt, ja, also Beschäftigung, also an der Produktion der Güter und Dienstleistungen, die wir konsumieren, teilzunehmen. Weil sie nun mal Arbeit schafft und Output erzeugt, während ein BGE ja kein Output erzeugt, sondern nur quasi... Würdest du dann sagen, dass die Produktion von Lebenden unproduktiv ist? Naja, es ist quasi Selbsterhaltung, wie du gesagt hast, ja. Aber daran teilzunehmen, Güter und Dienstleistungen zu konsumieren in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, da nimmt das BGE eben nicht teil. Und es gibt uns sozusagen Demokratie auf der Konsumseite, aber ich würde sagen, die Welt der Produktion sollte genauso demokratisch sein, wie die Welt des Konsums. Und da negiert das BGE das, weil das BGE ja nur kaufen kann, was andere produzieren. Also das, was sozusagen Produktion, Selbsterhaltung ist, ist ja nichts, was vermarktet wird, einen Preis hat und man kauft. Ist ja nicht Teil der Arbeitsteilung in dem Sinne. Stückweise auch, aber nicht nur. Aber Güter und Dienstleistungen, die wir konsumieren, ja, die müssen Leute quasi mit ihrer Mühe und ihrer Zeit produzieren, damit wir sie konsumieren können. Wir werden da gleich, also wir werden das Problem gleich nochmal angehen. Ich wurde nochmal freundlich darauf hingewiesen, was natürlich stimmt. Erstens kommen Leute noch extra dazu. Also wir sind bei einer Jacobin Live-Devater zwischen Maurice und Sebastian über Job Guarantee und bedingungsloses Grundeinkommen. Wir fragen nach dem Sozialismus. Und damit ihr das nicht nur als Livestream konsumiert, sondern auch wisst, dass wir ansonsten eine Zeitschrift machen, eine gedruckte Zeitschrift, nämlich Jacobin gibt es auch gedruckt und eben nicht nur in dieser Form und auch nicht nur online, wo eure Artikel erschienen sind. Das heißt, ihr könnt auf jacobin.de slash Abo auch gerne das gedruckte Magazin abonnieren. Das habe ich am Anfang vergessen zu sagen. Aber wir kommen auf jeden Fall nochmal auf den wichtigen Punkt zurück, weil ich glaube tatsächlich, dass sich diese Frage stellt. Das klingt erstmal total, ja, also total schön zu wissen. Ich kann in so einer Krise, ich falle nie unter ein gewisses Level von Einkommen. Ich weiß, egal, ob ich meinen Job verliere oder nicht. Ich habe diese 1.000 Euro, sagen wir es sind 1.000 Euro, 1.200. Ich weiß nicht, was du dir konkret vorstellen würdest, Sebastian. Aber die Frage, die ich mir tatsächlich dann auch grundsätzlich immer stelle, ist, okay, aber wie sieht man denn dann, wenn man Grundeinkommensanhänger ist, eben diese Welt der Arbeit? Also tatsächlich, wie gehen da Leute noch arbeiten? Gibt es dann diesen Anreiz zum Arbeiten? Wie stellt man sich das vor? Weil es muss ja noch gearbeitet werden. Und wie kann dann also das, was ist der Mechanismus denn des Grundeinkommens, diese Welt der Arbeit? Also wie verhält sich das zueinander? Vielleicht kriegen wir das dann nochmal klar, diese Welt des Produzierens, die Maurice sagte. Wie würdest du dagegen angehen, zu sagen, wir sind nicht nur, das geht nicht nur um Konsum hier, wenn wir das Grundeinkommen einführen? Naja, ich finde das ein bisschen reduktionistisch, weil die Produktionssphäre, wenn man das mal sozialökonomisch betrachtet, gibt ja im Bereich gerade auch alternative Wirtschaftstheorien, tatsächlich auch Ansätze wie dieses Konzept des versorgenden Wirtschaftens, die dann bewusst ein Konzept der Reproduktion eines umfassenderen Produktionsbegriffs sehen, wo dann Produktion und Reproduktion zusammengedacht wird. Und dann ist es halt einfach so, dass wir jetzt ja nicht einfach nur konsumieren, sondern da werden wir jetzt bröseln was anderes auf. Die Produktionsseite konsumiert natürlich auch, nämlich oder profitiert von, sagen wir mal, Leistungen, die im normalen Markt geschehen, nicht als produktiv gelten, die dann auch in der Produktion nicht als relevant angesehen werden, die aber notwendig sind, um tatsächlich Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Also das Aufziehen von Kindern und so weiter, das merken wir jetzt gerade in Corona, das ist halt schon auch mit Arbeit verbunden. Und das sind Dinge, die, ja, es ist für mich dann jetzt schwierig, das so zusammenzubringen. Aber der eine Argument, der ist ja im Prinzip häufig auch, dass viele diese Care-Arbeiten, Besorgearbeiten, unvergütet, kostenlos mitgeschleppt werden in unseren Produktionsverhältnissen, ausgebeutet werden, wenn man es mal drastisch formuliert. Und das Grundeinkommen würde jetzt halt tatsächlich hier eine Möglichkeit bieten, um zumindest ein Stück weit das Möglichkeitsfenster zu eröffnen, um solche Sorgearbeiten anders zu verteilen und dann vielleicht auch Arbeitsverhältnisse anders, ja, ich sage mal, anders zu gestalten. Wobei ich mal dazu sagen muss, Maurice hat das ja in seinem Artikel auch geschrieben, und da geht es ja zum Beispiel der Jobgarantie auch um die Art und Weise, dass man zum Beispiel durch Zeitgewinne, zum Beispiel Arbeitszeit, zum Beispiel verkürzen kann. Da würde ich sagen, ist der Unterschied hier wahrscheinlich eher, dass die Art und Weise, wie man an diese Arbeitszeitverkürzung rangeht, vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist. So, jetzt ist da eine eigentliche Frage, wie man das direkt zusammen verbindet. Also generell ist es so, dass das Grundeinkommen ja die Arbeitswelt nicht abschaffen will. Das ist jetzt Quatsch. Man könnte vielleicht mit einer, ich weiß nicht, ob das eine marxistische Sicht ist, aber so reproduktionstheoretisch sagen, das Grundeinkommen sorgt dafür, dass wir nur Produktionsprozesse in der Wirtschaft haben, auch in der Marktwirtschaft, die tatsächlich reproduktiv sind, die ihre Arbeitsfaktoren, hier den Arbeitsfaktor Arbeit, auch selbst erhalten können. Ja, das ist auch in der BWL, das Kostendeckungsprinzip, Inputs sollen durch die Outputs gedeckt sein, und beim Arbeitsfaktor soll das doch genauso sein. Dann könnte man sagen, das wäre das so eine implizite Lohnuntergrenze irgendwo. Wobei das aber auch wieder falsch ist, weil das Grundeinkommen sich nicht auf ein Arbeitsverhältnis bezieht. Da gibt es noch ganz andere Punkte, die dann solche Löhne bewerkstelligen sollen. Aber das bietet zumindest erst mal einen Botensatz, auf dem dann beispielsweise auch zum Beispiel über faire Löhne erst mal angefangen werden kann, zu diskutieren. Und da würde ich sagen, ist dann die Verbindung schon da. Wir brauchen erst mal eine Vorstellung davon, was brauchen Menschen in der Gesellschaft, was muss dann auch in Anführungsstrichen produziert werden, was für Konsum brauche ich, welcher Konsum ist reproduktionsnotwendig. Und auf der Basis können dann dann beispielsweise über Löhne zum Beispiel und Arbeitsverhältnisse diskutiert werden. Das wäre sozusagen die Verbindung, die ich da sehen würde, dass im Prinzip die Arbeitswelt an sich, auch der Arbeits-, also dass das Arbeiten an sich auch nicht direkt abgeschafft wird, sondern es ist halt ein Stück weit, soll humanisiert werden, würden jetzt Grundeinkommensbefürworterinnen und Befürworter sagen. Und das wäre halt eine Möglichkeit, dass man das sozusagen selber selbstbestimmt mit den Füßen auf den Boden stampfen kann. Und es gibt die Frage, die ich auch sonst noch gestellt hätte, was ist genau der Unterschied zwischen einer auskömmlichen Grundsicherung? Also darauf einigt man sich ja in der Linken auch relativ grundsätzlich, dass Hartz IV nicht ausreicht und dass man sagt, es braucht so eine Mindestsicherung, Grundsicherung. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was jetzt der Unterschied dazu ist, zu dem bedingungslosen Grundeinkommen? Also prinzipiell, also es ist noch mal ein Problemfeld, vielleicht können wir da noch mal später diskutieren, weil das miteinander verschwimmt. Und ich selber das Grundeinkommen an der Stelle so auch nicht vertreten würde. Aber der Unterschied zwischen Grundeinkommen und einem Mindesteinkommen, einer Grundsicherung, wie das hier in Österreich zum Beispiel, oder Mindestsicherung, wie das hier in Österreich heißt, ist der, dass ich im Prinzip nicht einfach so zum Amt gehe und irgendwelche Blätter ausfüllen muss, irgendwelche Formulare ausfüllen muss, mein Einkommen offenlegen muss, dass geprüft wird, mit wem ich das Bett teile oder auch nicht, sondern da ist ganz klar, ich bin Mensch, ich kriege ein Einkommen, Punkt. Da wird nichts geprüft, das bekomme ich. Bei einer Grundsicherung oder bei Hartz IV ist es so, ich muss das halt beantragen, es gibt eine Bedürftigkeitsprüfung. Gut, kann man auch noch mal diskutieren, aber genau das ist der Unterschied. Hier muss ich tatsächlich bestimmte Vorbedingungen erfüllen und ich muss das auch den Anspruch stellen, den ich eigentlich habe. Beim Grundeinkommen wird davon ausgegangen, dass ich den Anspruch sowieso schon habe und den muss ich nicht erst stellen, da kriege ich erst sozusagen tatsächlich das Einkommen. Da muss ich nicht als Bittsteller auftreten. Würdest du denn, Maurice, sagen, zu der Jobgarantie gehört diese Mindestsicherung? Wie bitte? Also ich würde erst mal sagen, dass das BGE blauäugig ist, wenn es meint, dass es eine Mindestsicherung darstellen kann. Es hat ja keine makroökonomische Fundierung. Ein BGE kann nur kaufen, was andere produzieren und es funktioniert nur, weil Einzelne quasi nicht aufhören, in der Produktionswelt teilzunehmen. Also das BGE kann nur kaufen, was andere produzieren. Das ist ein ganz wichtiger Fakt. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber wir sind dann von der Arbeit befreit und die können es zum Amt geben und kriegen ein Einkommen ausgezahlt. Ja, nominell kann man den Einkommen auszahlen. Mit dem Einkommen können die nur kaufen, was produziert wird. Und ein BGE greift in die Produktionswelt nicht ein, als dass sie, du hast über Arbeitszeitverkürzungen oder über Mindestlöhne gesprochen. Ja, all das zieht es nicht ein. Es ist sozusagen eine Kompensation eher vielleicht noch für schlechte Löhne. Und natürlich ist eine Mindestsicherung, kann sozusagen nur real gedeckt sein, dass wir die Güter und Dienstleistungen produzieren, mit denen wir alle konsumieren wollen, dass die dann fair verteilt sind. Und du hast Mindestsicherung angesprochen. Du hast am Anfang, oder auch in deinem Artikel sagst du, dass Job-Guarantee-Leute nur auf Nachfrage erwähnen würden, dass ja eine Mindestsicherung, also ein vernünftiger Lohn und dann neben dem Lohn, für die, die nicht arbeiten können oder wollen, auch eine Absicherung dabei ist. Also in jedem Artikel steht, dass wir das genau fordern. Ja, Hartz IV ist natürlich ein Scheißregime und das soll natürlich überwunden werden. Und der Mindestlohn soll natürlich sozialverträglich sein. Das steht in jedem Artikel drin. Aber sozusagen zu glauben, wir zahlen nominelles Einkommen aus und damit werden quasi die Probleme, die ja sozusagen auch durch die Produktionsseite unserer Welt entstehen, gelöst, halte ich halt für naiv. Ja, ich persönlich kann das gern zurückgehen. Ich halte es eher blauäugig, dass man sich davon ausgeht, dass man so aus der hohlen Hand heraus an dem Wirtschaftssystem teilnimmt und das dann super toll findet. Nach dem Motto, oh, ich muss arbeiten, aber ob ich damit mich am Leben halten kann, das ist eigentlich egal. Irgendwie eigenartige Vorstellung. Wieso am Leben halten kann? Wieso egal? Also eine Job-Guarantee, die produziert Sachen und die können sozusagen, wir können ja nur reale Güter und Dienstleistungen konsumieren. Und die Job-Guarantee, die produziert. Ein BGE, das gibt uns nur Checks, um das zu konsumieren, was andere zu produzieren. Das heißt, dieses Versprechen, was du da willst, das wird mit dem BGE nicht erfüllt, sondern nur mit einer Job-Guarantee. Der Punkt ist, du blendest an der Stelle genau das aus, was eigentlich jeder Mensch, um deine Produktion zu gewährleisten, tatsächlich an sich schon an Leistung erbringt. Und aus dem Argument kannst du nämlich schon auch wieder ein Grundeinkommen ableiten. Ich habe die ganze Sache mit Care, Sorgearbeit erwähnt. Allein, dass ich rechtstreu bin, dass ich nicht im Prinzip Produktionsstätten kaputt mache, sabotiere oder so. Klingt jetzt ein bisschen radikal, aber das sind alles im Prinzip Sachen, die wir unter dem Begriff sozialen Frieden sehr schnell akzeptieren und schnell wegbuchen. Das sind Leistungen, die ich im Prinzip oder die jeder Mensch in der Gesellschaft dazu beiträgt, damit Produktionsverhältnisse stabil bleiben. Und da kann man auch sagen, das hat einen Preis. Und da kann man ökonomisch sagen, wer das ausblendet, ist auch ein bisschen blauäugig. Wir sehen, wie nur das teilweise landet. Wir sind das jetzt vielleicht nicht gewohnt, weil wir ein reiches in Deutschland und Österreich vielleicht reiche Länder sind. Aber da, wo dann beispielsweise auf einmal Brotpreise ziemlich hoch ansteigen und so weiter, da wird das schon echt problematisch. Und das ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, was ich so leichthändig von der Hand wischen würde. Da würde ich sagen, da gibt es dann tatsächlich einen Dissens in der Perspektive. Muss man jetzt nicht unter den Teilen, aber ich würde das schon mit zu Bedenken geben, dass man da im Prinzip mit so einem verkürzten Produktionsbegriff naja, vielleicht vorsichtig mit den Begriffen wie Blauäugigkeit sein sollte. Aber ich meine, deine Perspektive ist jetzt ja total individualistisch. Jeder kümmert sich um sich selber, zieht sich selber hoch, schaut, dass er überlebt und das ist sozusagen sein Beitrag zur Gesellschaft. Aber Gesellschaft funktioniert ja danach. Also Gemeinschaft funktioniert nachdem sozusagen jeder für sich irgendwie sich am Leben hält, dass man dann füreinander sorgt. Und da würde ich sagen, haben wir unendlich viele Möglichkeiten, uns gegenseitig das Leben zu verschönern, zu vereinfachen etc. Und wenn du gerade das Brotpreis Beispiel bringst, ein BGE kann da nichts sichern. Wenn es zu wenig Brot gibt, dann kannst du so viel nominelles BGE auszahlen, wie du willst, kannst du auszahlen, bis du blau wirst. Du brauchst sozusagen die Produktion und die kann eben durch eine Job-Garanty dann zum Beispiel eben hergestellt werden und durch ein BGE nicht. Das kann nur kaufen, was andere produzieren. Allerdings nur unter Arbeitszwang, wenn du das dann so formulierst. Zu dem Arbeitszwang komme ich auf jeden Fall gleich noch, weil ich weiß, das wird auch sehr leidenschaftlich diskutiert. Aber genau, ihr seid jetzt an dem Punkt, wo ihr euch gegenseitig Blauäugigkeit vorgeworfen habt. Also wir sind schon mal mittendrin, aber so, wenn ich jetzt nochmal so von außen frage, im Prinzip wollen beide haben das Ziel, Arbeitslosigkeit abzuschaffen beziehungsweise, also es gibt dann dieses Problem nicht. Oder würdest du sagen, aber die Job-Garanty schon, es gibt dann eigentlich keine Arbeitslosigkeit mehr. Wenn man aber auch das Grundeinkommen nimmt und sagt, alle haben auskömmliches Einkommen, ist Arbeitslosigkeit ja im Prinzip auch kein Problem mehr. Doch. Auf jeden Fall, Arbeit ist ja mehr als Einkommen. Also ich will mal, also die ganzen sozialen Faktoren, da ist die soziologische und psychologische Forschung ganz klar, dass die sozialen Kosten von Arbeitslosigkeit viel größer sind als der bloße Verlust an Einkommen. In Argentinien hatten die ja zum Beispiel auch sowas ähnliches wie eine Job-Garanty für eine Person des Haushalts und dann haben die danach gefragt, die Teilnehmer, was war denn sozusagen für euch an der Job-Garanty so toll? Und da war Einkommen auf Platz sechs, erst mal kam Teilhabe an Gesellschaft, tolle Arbeitskollegen, sinnvolle Arbeit, etc. pp. Und das wird dann durch das BG auch negiert, da wird nur auf Einkommen geguckt. Ja, das ist eigentlich Quatsch, aber gut. Da muss man sich mal ein bisschen mit den, teilweise mit den Artikeln auseinandersetzen. Es gibt einen schönen Beitrag, den hat Hannah Ketterer aus Jena beschrieben zu Postwachstum und Grundeinkommen, wo im Prinzip da auch nochmal genau auf diese Aspekte mit eingegangen wird. Wenn man sich auch beschäftigt mit den Leuten, die sich damit beschäftigen, da sind teilweise eben auch Arbeitspsychologen und sowas mit dabei, es ist nicht so, dass man das massiv ausblendet. Das ist ein bisschen uninformiert. Der Punkt an der Stelle ist, ich glaube, die Job-Garantie zielt darauf ab, die Leiden der Arbeitslosigkeit dadurch im Prinzip zu beseitigen, dass man den Job hat. Das ist in der Arbeitsmarktgesellschaft, wo auch eine, sagen wir mal, gewisser Markt, Erwerbsmythos eine Rolle spielt, ist das auch klar. Das ist auch nicht nur in einer BAD oder in einem kapitalistischen System so, wenn man in die DDR guckt. Ein großes Problem nach der Wende war, dass dort halt viel auch im Arbeitsprozess, mitten in den Arbeitsprozessen zusammen verbunden war. BGE ist also Betriebssportgemeinschaften und so weiter. Das ist alles durch diese Jobverluste verloren gegangen. Und da kann man auch nicht einfach sagen, dass es hat keine Wirkung oder sowas gehabt. Und da wird ja jetzt in der Hinsicht zum Beispiel, könnte man sagen, hätte die Jobgarantie wahrscheinlich unheimlich viel abfedern und verbessern können oder bestimmte Prozesse durchaus abmildern können im Wendeprozess, wenn man die gehabt hätte und wenn man sich halt darauf geeinigt hätte oder wenn man das halt von der DDR vielleicht mit übernommen hätte, das Recht auf Arbeit zum Beispiel oder so. Das Grundeinkommen, das zielt aber eher auf die Situation ab, in der ich keine Arbeit habe. Und da kann man natürlich auch, also ich persönlich bin der Meinung, wir werden immer irgendwie Situationen haben, wo wir irgendwo arbeitslos sind. Allein schon, wenn ich jetzt einen Job, selbst wenn ich theoretisch Vollbeschäftigung habe, habe ich immer noch diese friktionelle Arbeitslosigkeit, wenn ich einen Job wechsle oder so. Das heißt, da muss es irgendwo schon auch irgendwie eine Absicherung geben. Und auf solche Situationen kann man im Prinzip sagen, da zielt dann im Prinzip auch das Grundeinkommen ab. Das ist halt, die Situation der Arbeitslosigkeit, die soll gelindert werden dadurch, dass ich im Prinzip die Arbeitslosigkeit an sich nicht zum Stigma verkommen lasse. Das funktioniert natürlich nur, also nicht in einer Arbeits- und Marktgesellschaft, das stimmt. Und da muss man halt auch ganz bewusst sagen, dass diese Grundeinkommensmodelle versuchen, irgendwie eine Transformation weg hin von der Arbeits- und Marktgesellschaft hin zu einer anderen Form von Arbeitsgesellschaft zu gehen. Für wie realistisch man das hält, ist eine andere Sache. Die Frage, der Punkt ist nur, man muss dann halt schon die Referenzpunkte heranziehen. Es ist halt schon so, dass das Grundeinkommen einerseits als Transformationsprojekt gedacht ist und eigentlich auch nicht unbedingt oder darauf abzielt, konkret Arbeitslosigkeit nicht so stigmatisierend zu machen, wie wir das jetzt zum Beispiel bei Hartz IV haben. Also würde ich sagen, also ich muss jetzt ein bisschen, es kommen auch super viele Fragen, ich versuche es so ein bisschen zu strukturieren, weil ich glaube, dass wir uns sonst ein bisschen verfangen, also um aber nochmal bei diesem Thema Arbeitszwang und Arbeit zu bleiben, also das beschäftigt ja halt viele, weil der Vorwurf natürlich an der Job-Guarantee ist, dass, du nennst das Sebastian in deinem Artikel eben diesen Erwerbsmythos, dass das dadurch gefestigt wird, dass man sagt, der Erwerb ist alles, das ist irgendwie das Zentrum und die Job-Guarantee natürlich verfestigt genau das, dass sie sagt, nur wer Arbeit hat, kann irgendwie ein glücklicher Mensch sein oder so und es hat sein auskömmliches Leben und dann ist es ja aber so, dass einfach, also dass ja auch noch Leute eben arbeiten, dass sie darin ihren Sinn sehen, das würde halt auch, würde Maurice dann ja wahrscheinlich dann dagegen halten, aber vielleicht könnt ihr das nochmal genau klarziehen, gibt es diese Art Arbeitszwang, wie würdest du mit dieser Konfrontation umgehen, Maurice, zu sagen, dass die Job-Guarantee zu sehr auf diesen Erwerbsmythos baut und eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen uns genau von diesem Erwerbsmythos befreien könnte. Naja, also es ist ja ein universelles Jobangebot, ja, wer es nicht annimmt, der soll natürlich abgesichert sein, das steht in sozusagen jedem Artikel drin und vor allem ist es ja so, dass wenn jemand, du hast friktionelle Arbeitslosigkeit angesprochen, also wenn jemand irgendwie einen Job aufhört und den nächsten sucht, dann kann es ja sein, dass er drei Monate sucht und arbeitslos ist, dann soll er nicht auf ein BGE-Einkommen fallen, sondern dann soll er seinen Lebensstandard dadurch abgesichert sein, dass er mit Arbeitslosengeld eins, weiß nicht, 66 Prozent von seinem vorherigen Einkommen bekommt, ja, und die Job Guarantee ist quasi das letzte Puzzle um Leute, die vor allem, sagen wir mal, diejenigen, die als letztes in der Schlange beim Arbeitsamt stehen und im Boom als letzte angestellt und in der Rezession als erste entlassen werden, wenn die überhaupt Anstellung finden, dass die eine Chance auf Teilhabe bekommen und genau das, die Frage wollte ich nämlich eben stellen, wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst diese Person und du willst arbeiten, weil soziale Gründe vor allem, ja, du willst Teilhabe, du bist irgendwie sozial isoliert, frustriert, Arbeit gibt dir auch Chance zur Selbstverwirklichung etc. pp. Mit einem BGE, was hilft dir das BGE, dabei diesen Arbeitsplatz zu finden? Man kann zum Beispiel selber tätig sein, man kann sich mit anderen Leuten genossenschaftlich organisieren und dann beispielsweise mit den Einkommen, die man dort hat, dann tatsächlich auch gemeinsam beispielsweise Projekte oder Arbeitsplätze sozusagen schaffen. Man kann sich politisch damit engagieren, das ist auch eines der großen Argumente der BGE-Befürworterinnen und Befürworter, dass ich da im Prinzip auch erstmal die Möglichkeit wieder habe, tatsächlich frei Ehrenämter und so weiter auszuüben und darüber dann beispielsweise dann auch Arbeitsplätze zu schaffen. Das wäre im Prinzip eine, das wäre im Prinzip die Antwort, die jetzt BGE-Befürworterinnen und Befürworter geben würden. Der andere Punkt, den muss ich ein bisschen, ein kleines bisschen zurückspielen, weil ich finde das eigentlich ganz vom Konzept her super. Das Problem, was ich habe, ist, das hat aber nichts mit der, das soll jetzt kein Gegenargument gegen das Job, die Jobgarantie sein, aber da muss man generell mal drüber nachdenken, wie wir dann tatsächlich das Verhältnis Staat, Wirtschaft, Privatwirtschaft gestalten. Denn bis jetzt ist es ja so, wir hatten ja die Idee, also dass man im Prinzip Jobs angeboten bekommt oder so, die gibt es ja schon relativ lange, auch bei Hartz IV, dieses Fördern und Fördern ist ja eigentlich aus dieser Workfair-Idee teilweise entstanden. Und da war schon zum Beispiel von Helga Spingler gesagt worden, ja, wenn wir das jetzt tatsächlich anbieten, haben wir bei solchen Jobangeboten, einerseits kostet es auch irgendwo und das Zweite ist, wir haben dann immer diesen Grundsatz bislang, dass wir im Prinzip Jobs anbieten müssen dort, wo wir die Privatwirtschaft nicht schädigen. So, das heißt, wir müssten dann tatsächlich im Rahmen, im Rechtsrahmen wahrscheinlich noch was zu erinnern, dass wir dann tatsächlich auch sagen können, wir schaffen dann auch möglicherweise Jobs und müssen die dann auch beispielsweise, wenn die den Leuten Spaß machen und die halt tatsächlich mit einer Jobgarantie einen Job bekommen, der ihnen auch eine Erfüllung gibt, dass wir die im Prinzip dann auch schützen, beispielsweise vor, sagen wir mal, marktschaftlicher Konkurrenz, wo man dann halt möglicherweise dann auch gucken muss, dass dann im Prinzip da jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, in irgendeiner Kommune eine kleine Konsum wieder aufgebaut wird, genossenschaftlich und dann wieder vom Discounter-Platt gemacht wird. Da hätten wir dann im Prinzip tatsächlich auch nicht viel gekonnt. Also das ist im Prinzip ein Punkt, der mich da mal interessieren würde, Maurice, wie weit würde das, die Jobgarantie da tatsächlich gehen? Also im Verhältnis organisiert? Ja, also die Jobs sollen explizit keine Konkurrenz zum Privatsektor darstellen, also jetzt nicht eine Jobgarantie-Bäckerei neben einer normalen Bäckerei quasi aufmachen, vereinfacht und sie sollen aber auch keine reguläre öffentliche Beschäftigung ersetzen. Wenn wir irgendwie Pfleger und Lehrer und so weiter haben wollen, dann stellen wir die ganz normal ein. Die kommen nicht in die Jobgarantie, weil die quasi das letzte Puzzlestück sozusagen nur sind. Und ich wollte jetzt eine Frage noch stellen, die habe ich jetzt aber vergessen. Das ist kein Problem, du kannst sie auf jeden Fall später noch stellen, weil es kommen natürlich, also wir sind noch sehr auf einer analytischen Ebene, was so ein bisschen spekulativ ist, weil natürlich beides jetzt noch nicht so richtig so vorstellbar ist, weil beides wirkt jetzt so ein bisschen fremd zu der Realität, die wir halt haben, nämlich eben Hartz IV und jetzt Kurzarbeitergeld, wo wir fast schon froh sind, dass es das gibt, aber es ist ja trotzdem eigentlich nicht das, was wir uns wünschen würden. Und es gibt natürlich die reelle Frage, aber trotzdem, wie setzt man das um? Also was müsste jetzt passieren, um jeweils die Jobgarantie einzusetzen, auch an anderen Reformen drumherum? Genauso an dich die Frage, Sebastian, wie würde man jetzt, wenn man idealerweise, du kannst es jetzt mal so aussprechen, das Grundeinkommen jetzt einführen würde? Es gäbe eine Bundesregierung, die das macht, in dem Text von Christoph Butterwege, die wir auch gebracht haben, der auch sehr kritisch war, mit dem BGE schreibt ihr, wenn jetzt sofort für ein halbes Jahr alle in Deutschland 1.000 Euro bekommen sollten als Grundeinkommen, würde uns das 500 Milliarden Euro kosten. Also sozusagen, wie ist das volkswirtschaftlich überhaupt zu machen, zu erwirtschaften? Maurice hat das Problem ja auch schon mal dargestellt am Anfang, aber natürlich genauso stellt man sich die Frage, wie konkret würde man jetzt Arbeitsagenturen umbauen, dass die halt nicht mehr dieses Hartz-IV-System durchsetzen, sondern wie würde der Staat würde denn ja eigentlich diese Jobs ja schaffen und als Arbeitgeber fungieren? Vielleicht könnt ihr noch mal ganz konkret werden, weil das, glaube ich, viele nicht sich vorstellen können, wie das in der Umsetzung wäre. Also für die Job-Guarantee wäre es einfach so, dass man, du hast gerade die Arbeitsagenturen schon erwähnt, die machen heute schon den Großteil der Arbeit, die haben die Motivation und das Leistungsprofil der Leute quasi auf und versuchen die dann in Jobs im Privatsektor zu vermitteln. So, anstatt jetzt quasi in die Datenbank zu gucken, Privatsektor, haben die dann eben noch eine Datenbank an Jobs, die eben gemeinnützig in der Kommune sind und anfallen. Die Liste wird quasi dann, sagen wir mal, kommunal erhoben, kann man noch irgendwie basisdemokratisch, dass irgendwie die Nachbarschaften melden, was für sinnvolle Jobs oder Projekte die denn vorschlagen und dann gibt es eine ganze Liste und die Teilnehmer können auch selber was vorschlagen und dann könnte man noch so ein Prozedere einbauen, dass das Arbeitsministerium quasi checkt, ob diese Jobs eben gemeinnützig sind, ob die nicht in Konkurrenz mit dem Privatsektor stehen, etc. Und wenn diese Haken getickt sind, dann werden die Leute eben quasi denen diese Jobs angeboten. Also die Person, bei der Arbeitsagentur kann dann sagen, ja hier finden wir das und das im Privatsektor, aber hier haben wir auch in der Job Guarantee Job XYZ, go for it. Also das wäre quasi, sonst könnte alles so wie es jetzt heute ist, auch bestehen bleiben an Institutionen. Da wäre gar nicht so viel notwendig. Man müsste dann natürlich auch eine kleine Managementstruktur vielleicht haben innerhalb der Job Guarantee Jobs. Die kann sich auch wieder so quasi selbst organisieren. Und das ist vielleicht eine kleine Brücke zu der Frage, die ich stellen wollte, weil Sebastian auf die Antwort, wie kann das BGE sicherstellen, dass Leute Arbeit finden, wenn sie die dann haben wollen, gesagt hat, die können sich ja selbstständig machen. Wenn das BGE nur ein Existenzminimum ist, sollen die davon jetzt auch sozusagen noch Investitionen tätigen in den Aufbau von einer eigenen Firma. Jetzt hast du natürlich dann nachher Ehrenamt und so erwähnt. Aber all diese Tätigkeiten, ja, und diese sich selbst irgendwie auch in kleinen Genossenschaften organisieren, genau das, lass uns das doch staatlich und zentral dann organisieren in der Kommune in einer Job-Guarantee. Also es ist für mich ein Argument, das zu organisieren, statt den Leuten sich selbst zu überlassen. Du müsstest noch kurz, es gibt noch viele Rückfragen jetzt zu dieser Sache mit der Arbeitsagentur, weil natürlich der Verdacht im Raum steht, dass das Ganze eigentlich noch schlimmer ist als Hartz IV, weil man dann das Stigma hat, so Zwangsmaßnahmen zu haben. Und das heißt dann halt Job-Guarantee. Es gibt auch wahrscheinlich konservative, bürgerliche, Neoliberale, die sagen würden, das ist doch super. wir zwingen Leute in Jobs oder beziehungsweise es gibt dann dieses Angebot, aber das kann ja auch ein Euphemismus sein. Also vielleicht kannst du nochmal sagen, um welche Jobs geht es dann und so ein bisschen noch sagen, wie das in diesem Programm des Green New Deal vielleicht sich aufhält, weil ich glaube, dann wird vielleicht besser klar, um welche Jobs es geht und was es nicht sein soll. Es sollen keine Bullshit-Jobs sein. Das ist ja die große Gefahr, die daran besteht. Na, eigentlich sehe ich die Gefahr überhaupt nicht, weil die Bullshit-Jobs, ja auch David Graeber, der hat den Begriff ja gecoint, das sind meistens im Privatsektor, wo irgendwelche sinnlosen Tätigkeiten gemacht werden und gemeinnützige Jobs. Also ich meine, ich will gar nicht in die Debatte reinkommen, jetzt 20 Jobs aufzuzählen, die vernünftig sind, weil das ist eine Armutserklärung an uns selber, dass wir uns nicht vorstellen können, wie wir uns das Leben gegenseitig noch einfacher machen können. Wenn ich an die Corona-Pandemie denke, wäre es jetzt Nummer 1, zum Beispiel Einkäufe zu organisieren für Risikogruppen. Ja, oder im Green New Deal, du hast gesagt, Umweltpflege, Stadtverschönerung, etc. pp. Also da gibt es so viele Sachen und das Argument, dass daraus ein Arbeitszwang wird, wenn ich, System jetzt und jetzt habe ich sozusagen zusätzlich ein Jobangebot und zwar sollen die natürlich mehr Jobs haben, als es Nachfrage danach gibt, damit die Leute sich was aussuchen können. Plus, ich habe gesagt, dass man auch selber Jobs vorschlagen könnte, so ein Prozess könnte quasi auch sein. Also Stichwort, sich selbstständig machen, sich ausprobieren, wenn das denn gemeinnützig ist, das kann auch integriert werden. Aber ich verstehe das Argument nie, dass wir schaffen was zusätzlich, nehmen nichts weg und das ist jetzt schlecht. Also das kann ja sozusagen von der Logik nur gut sein, wenn ich zusätzlich was schaffe. Ich würde denken, dass das hauptsächlich daher rührt, dass wir dann beispielsweise, so wie du jetzt argumentiert hast, sagst, es darf jetzt nur in Bereichen neuer Job angeboten werden und eine Jobgarantie dann irgendwie der Privatwirtschaft nicht irgendwie zu nahe rückt und dann beispielsweise gleichzeitig auch mit das Grundeinkommen ablehnst, weil halt dort Leute möglicherweise nicht in der Produktion arbeiten, sondern die Früchte der Produktion für sich in Anspruch nehmen, ohne was dafür zu tun, dass das daraus schon ein gewisser Argumentationskontext ergibt, der einige Leute befürchten lässt, dass da irgendwie ein Arbeitszwang mit drinsteckt. Der Punkt ist, ich möchte ganz kurz, ich will dir das jetzt nicht böse unterstellen, der eigentliche Kritikpunkt, der wahrscheinlich diese Angst vor einem Arbeitszwang mit induziert, liegt wahrscheinlich in der öffentlichen Debatte, insbesondere von Vertreterinnen, Vertretern zur Sozialdemokratie, die dann gegen das Grundeinkommen zum Beispiel wettern und sagen, da ist eine Jobgarantie, die aber nicht einmal Hartz IV in den Mund nehmen, Zumutbarkeitsregeln. Und das ist das, das ist das, was man im Prinzip auch... Das ist Strohmann. Nee, das ist kein Strohmann. Das erlebt man häufig. Also ich habe das in Twitter schon öfters von Leuten aus der Sozialdemokratie erlebt, die das dann im Prinzip nicht wirklich, die dann zwar dieses Jobgarantie nennen, aber nicht einmal irgendwie dann dabei sagen, okay, wir müssen an der Zumutbarkeit was machen oder so weiter. Das ist für Leute, die jetzt im Hartz IV-System drinstecken, ist das eine Zumutung. Du hast die Frage, Sebastian, noch nicht beantwortet, nicht, dass das hinten überfällt, wie man jetzt aber denn das Grundeinkommen finanziert und wie, also ist das, macht das überhaupt auch ökonomisch Sinn tatsächlich? Na ja, der Punkt ist, ich habe gesagt, es gibt eine Reihe von Modellen. Über 20 werden in der Grundeinkommensdebatte diskutiert. Da gibt es eine Reihe auch von Rechnungsmodellen, einige, die da keine Aussagen zu machen. Es gibt auch ganz unterschiedliche Finanzierungsmodelle, neoliberale Modelle, die ich jetzt nicht vertreten würde und die ich auch als Sozialabbau bezeichnen würde. Die würden beispielsweise so eine Flat Tax vorschlagen, dass man da im Prinzip, was er sich in Konsum besteuert und da weiß jeder Ökonom, dass Konsum halt eine degressive Wirkung hat. Im Prinzip, die Einkommen mit hohem Konsum stärker belastet, das ist also nicht unbedingt eine sonderlich tolle Geschichte. Ja, da kann ich dir jetzt auch keine ganz konkrete Antwort darauf geben, weil man dann halt, wie gesagt, es gibt gerade sozialökologische oder ökologische Modelle, die dann auf Steuern setzen, die jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel die Umweltverschmutzung reduzieren sollen, also auf solche, Primärverbrauch von Kohle und so weiter. Andere wieder auf, setzen auf so eine Transaktionssteuer, also wenn dann im Prinzip Kapital hin und her geschoben wird, dass da im Prinzip dann auch Geld drauf, also Prozentsatz, Steuer drauf gesetzt wird. Also da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, die muss man sich dann im Detail angucken. Ich weiß, kann dir das jetzt nicht im Einzelnen sagen, wie das ganz konkret dann, also aus dem Grund, wie es dann gemacht werden soll oder gemacht werden muss. Auf jeden Fall gibt es Leute, die das durchgerechnet haben in verschiedenen Modellen, gibt auch einige, die das nicht machen. Und da ist dann die Frage durchaus berechtigt, wie das dann tatsächlich umgesetzt werden soll. Und da gibt es natürlich tatsächlich auch einen blinden Fleck, wenn man das so allgemein zum Beispiel diskutiert oder sich zum Beispiel nur die neoliberalen Modelle raussucht und dann sagt, das Grundeinkommen lässt sich nicht finanzieren oder ist asozial. Dann würde ich einfach, kann ich jetzt, will ich jetzt auch nicht groß drum herumreden, guckt man sich beispielsweise mal die Ausführungen von Herrn Blaschke an. Der hat zwei Publikationen mit wirklich einer ganzen Reihe von Modellen aufgelistet, wo nochmal die Berechnungen, die Finanzierungsgrundlagen und im Detail dann erläutert sind. Um vielleicht die MMT sich da einmal reinzubringen, weil die ja da ganz gut passt. Also ich würde sagen, die Finanzierungsfrage ist eigentlich die Trivialste auch für ein BGE. Das ökonomische Problem ist vielmehr, es ist ein einmaliger Einkommensschub, weil die Leute sozusagen zusätzliches Einkommen haben. Es ändert aber nichts sozusagen an dem Rest und dadurch hat natürlich eine krasse Inflationsgefahr, weil die Leute sozusagen jetzt dann mehr nachfragen können, ohne dass man irgendwo sonst was geändert hat. Und das ist eben der Unterschiede bei der Job-Guarantee, die quasi abhängig vom Konjunkturzyklus die Ausgaben steuert. Wenn die Wirtschaft boomt, dann sind weniger Leute in der Job-Guarantee, also auch weniger Nachfrage daraus, weniger Staatsausgaben durch die Job-Guarantee. Und das stabilisiert die Wirtschaft eben. Und diese Stabilisierungsfunktion, diese Stabilisierungsfunktion fehlt halt in der BGE komplett. Einmaliger Einkommensbusch und das war's. Ja, da würde ich aber widersprechen, weil die Ausgaben für den Konsum sind dann in einer gewissen Weise im Prinzip tatsächlich auch immer wieder zu machen. Und die kann dann auch als endogene Stabilisator dann wirken. Und die sind ja unabhängig vom Konjunkturzyklus. Egal, wie die Wirtschaft läuft, das Einkommen ist dasselbe. Deswegen ist es kein Stabilisator. Ja, das wirkt aber antizyklisch. Nein, das wirkt nicht antizyklisch, weil die ganze Zeit bezahlt wird. Egal, ob die Wirtschaft gut läuft oder nicht. Das ist ja kein antizyklischer Stabilisator. Ein Kritikpunkt auch da, um da nochmal ein bisschen nachzuschärfen. Wir haben aber auch noch viele andere Fragen, aber um an dem Punkt kurz zu bleiben, ist ja auch die Kritik am BGE, dass das eben so ein Gießkant-Prinzip ist. Also, dass man dann einfach allen was gibt und der Millionär braucht es ja eigentlich nicht. Also, das ist ja auch ein, schließt jetzt so ein bisschen an das an, was Maurice gesagt hat, das kriegen einfach alle die ganze Zeit, während sie jetzt, so wie ich es verstehe, die Jobgarantie eben immer dann greift, wenn es eigentlich diesen Bedarf gibt. Nicht den Einkommensbedarf als solchen, aber sozusagen mitten im gemeinsamen Mindestlohn zumindest immer dann ausgleicht, während eben dieses Gießkant-Prinzip eben bedeutet, alle kriegen es zur gleichen Zeit. Wie reagierst du auf diese Kritik, Sebastian, dass es dann halt kein, niemand mehr nach dem Bedarf hat und wir im Prinzip Geld ausgeben für Leute, die es halt wirklich überhaupt nicht brauchen? Naja, im Grunde ist es so, dass wenn du das so argumentierst, man dann auch mit dem Verhältnismäßigkeit-Prinzip argumentieren kann und sagen kann, nur weil du vielleicht, was weiß ich, ein, zwei, 20 Prozent der Gesellschaft dieses Grundeinkommen nicht gönnst. Aus solchen Gerechtigkeitsüberlegungen gönnst du dann den anderen Leuten, die es vielleicht brauchen, dieses Grundeinkommen nicht. Das ist eine schwierige Geschichte, weil man dann auch sagen könnte, okay, das sind so wenige Leute, knicken wir das. Das ist genau das Gleiche wie mit diesen Sanktionsgeschichten im Hartz-IV-System. Das ist so ein geringer Teil, dass man dann theoretisch, also der dann da auch sanktioniert wird, dass man eigentlich auch sagen kann, so wie man dort agiert, das ist eigentlich, ja, unverhältnismäßig. Und genauso ist das beim Grundeinkommen auch. Ich meine, wenn da ein paar Leute, Milliardäre irgendwie für 1.000 oder 1.200 Euro oder was das jetzt sein soll, jetzt bekommen, ist das jetzt, also ich hätte da jetzt jetzt nicht unbedingt das grundsätzlich ganz große Problem, damit zumal ja dann auch letzten Endes auch noch mitgeguckt werden muss, wie dann tatsächlich das Steuersystem ausgestattet ist. Die Grundeinkommensmodelle sind ja nicht so, dass die, sagen wir mal, jetzt einfach nur ein Grundeinkommen auszahlen und das war es, sondern da stecken ja zum großen Teil Überlegungen mit da drin, wie man Steuersysteme anders gestaltet. Und dann würde der, die Ungerechtigkeit, die du an der Stelle mit der Gießkanne siehst, wird an anderer Stelle kompensiert durch eine, was weiß ich, eine höhere Steuer oder eine Abgabe oder Erbschaftsteuer und so was. Also das ist, finde ich, Also das müsste man immer kombiniert sehen, sonst wäre es halt, also ich glaube, sonst würde es einfach vom Gerechtigkeitsempfinden niemanden überzeugen, wenn man nicht gleichzeitig sagen würde, okay, der Millionär muss eigentlich auch das BGE finanzieren, so kam auch gerade ein Kommentar, sonst wird es ein bisschen abstrus. Also weil ich glaube schon, dass es so ein, um politisch überzeugend zu sein, muss es, glaube ich, schon an so ein Gerechtigkeitsempfinden anknüpfen tatsächlich auch. Ja, das kann man, also ich persönlich finde es nicht überzeugend, weil es halt, wie gesagt, so ist, dass ich im Prinzip den einen Millionen, bloß weil ich die einen oder zwei Millionären, die ich da im U-Kreis habe, das Grundeinkommen nicht gönne, sollen dann die anderen Leute, ja, sagen wir mal, unterhalb des Existenzminimums vielleicht leben oder so. Nee, nee, nee. Also das ist mir ein bisschen zu billig. Das ist doch gar nicht die Diskussion. Es ist die Diskussion, soll man es targetet oder nicht targetet machen? Und du sagst untargetet und dann sind häufig die Argumente. Es ist ein administrative Aufwand, den man sich spart und Bedürftigkeitsprüfung und Zumutbarkeit. Aber ich meine, also diese ganze Zumutbarkeit kannst du ja rausnehmen. Du kannst eben nach Bedürftigkeit gehen, bis du das Einkommen und dann entweder ja oder nein. Also das ist, also administrativ vor allem das Argument zu sagen, wir prüfen nicht vorneweg, aber dann irgendwie das Steuersystem zu ändern, wo wieder administrativer Rattenschwanz ist, das ist ein Widerspruch, oder? Und würde es dann aber in der Bedarf, also um wieder zu dieser Mindestsicherung oder Bedarfssicherung kommen, wenn die dann nach Bedarfen geregelt würde, müsste man ja aber trotzdem da auch wieder die Bürokratie eher abbauen, also um eben nicht wieder in so ein Hartz-IV-Ding und Sanktionsding zu verfallen, müsste, also wäre das ja auf jeden Fall das, worauf ihr euch beide einigen müsstet und was auch in den Kommentaren kam, geht es nicht zusammen, dass man eine Jobgarantie hat und eine Mindestsicherung, die eigentlich die Höhe dieses bedingungslosen Grundeinkommens hat, die aber sehr, sehr leicht zu bekommen ist für alle, wäre das eine Lösung, die verbindend ist, mit der ihr beide leben könntet sozusagen? Also ich persönlich bin aus, also ich habe durchaus auch ziemlich konzeptionelle Probleme mit dem Grundeinkommen, muss ich dazu sagen. Deshalb lande ich am Ende auch nicht bei einem Grundeinkommen, sondern eher tatsächlich bei einer sozialen Sicherung, die halt aber mit niedrigen Bedürftigkeitsprüfungen arbeitet. Und da habe ich das Problem, das du jetzt auch gerade angesprochen hattest, mit den Millionären nicht. Das ist so. Deshalb im Kontext habe ich auch kein großes Problem mit der Jobgarantie. Warum auch? Das kann man zusammenbringen. Ich sehe auch die Frontstellung an der Stelle nicht. Also ich sehe das als kombinierbar, sogar auch als sinnvoll. Man kann das auch, der Punkt ist ja hauptsächlich, der, warum wir überhaupt über das Grundeinkommen reden, dass wir so stark in der Arbeits- und Marktgesellschaft gedanklich drinstecken, dass jede Bewegung weg von einem Erwerbsmythos, der jetzt beispielsweise vom Arbeitszwang, den wir in Hartz IV haben, weggeht, der jetzt irgendwie den Menschen ein höheres Einkommen garantiert, damit die halt tatsächlich, wenn sie jetzt wie bei Corona sich die Masken leisten können, wo man dann nicht erst irgendwie erst noch einen großen Rummel im Internet oder so machen muss, weil das völlig irrsinnig ist, dass man diese Ausgaben nicht mit irgendwie mit absichert. Also vor dem Hintergrund denke ich, dass man da eine Menge machen kann und dass da im Grunde genommen auch beides zusammengeht. Also ich habe da, habe da bloß, habe da wie gesagt eher das Problem, dass man wie gesagt immer, wenn man so eine Erleichterung im jetzigen Sozialsystem macht, man automatisch in der BGE-Ecke ist, ist ja auch klar, weil das halt für das Maximum an Wegfall von Erwerbszwang steht, zumindest so kommuniziert wird und dadurch haben wir diese Debatte an sich immer wieder und diese Gegensätze vielleicht auch. Und wie gesagt, also ich selber denke, dass wir das am Ende wahrscheinlich mit so einer ordentlichen sozialen Absicherung haben könnten, die halt wesentlich humaner gestaltet ist mit der Bedürftigkeitsprüfung, als wir das jetzt haben. Und das würde schon in Richtung BGE gehen, in vielen Aspekten, wäre kein BGE, aber es würde viel in diese Richtung gehen und das wäre natürlich kombinierbar mit der Jobgarantie. Also ich finde, was nicht kombinierbar ist, ist eine Jobgarantie und ein bedingungsloses Grundeinkommen, was auch an Quanten, Klarten und Manuel Neuer ausgezahlt wird. Was natürlich kombinierbar ist, ist eine Jobgarantie plus ein gezieltes Sicherungssystem, was diese ganzen negativen Seiten vom Hartz-IV-System eben nicht hat. Diese Sanktionsmechanismen, auch Zumutbarkeitsregeln, die Höhe allein schon, etc. pp. Ich finde aber vor allem auch ganz wichtig, dass das Arbeitslosengeld 1, was ja abhängig vom Einkommen Lebensstandard erstmal sichert, dass auch das verlängert wird, weil ein Hartz-IV oder auch ein BGE ist halt das Minimum. Ich will aber sozusagen mehr abhängig machen vom vorherigen Lebensstandard, um da noch einen Punkt zu machen in Richtung Sorgearbeit, Care Economy. Das wird ja häufig dann als Argument für das BGE gebracht, dass man sozusagen damit das vergütet und wertschätzt. Das finde ich Schwachsinn. Ich bin total dagegen, weil damit ist sozusagen das absolute Minimum, was man dem entgegenbringt. Ich finde, wenn jemand seine Eltern pflegt oder wenn er ein Kind erzieht, sollte er so viel Einkommen haben, dass er seinen Lebensstandard, den er vorher hatte, sichern kann. Das heißt, ein Elterngeld, ein Pflegegeld soll davon abhängig sein, wie viel Einkommen hatte jemand vorher. Nicht eine pauschale Zahlung von 1.200 Euro. Und deswegen, man könnte sozusagen diese Zahlung natürlich auch, dass man sagt, drei Jahre Erziehung der Kinder ist Teil der Job-Guarantee, könnte man machen. Bin ich aber auch dagegen, weil auch das natürlich wiederum nur dann Mindestlohn wäre. Ich finde, die Leute sollen ihren Lebensstandard während der Zeit halten. Es gibt noch zwei sehr wichtige Aspekte, die wir am Ende besprechen müssen. eine kam schon vorher in den Fragen, auf die ich auch wichtig finde, nämlich gibt es überhaupt auch eine soziale Basis? Also weil ansonsten ist es ja sowieso auch, wie gesagt, immer noch theoretischer Talk, den wir hier machen. Also es gibt zumindest, also wo man das grob sagen kann, von den Milieus her, vielleicht hast du es am Anfang gesagt, Sebastian, so künstlerische Milieus, auch Studiemilieus, da kenne ich auch viele, die eher Grundeinkommen zugeneigt sind. Die Linke ist ziemlich darüber gespalten. So kann man das, glaube ich, von den bisher, was man weiß, von Umfragen sagen. Dann gibt es eher jetzt die Grünen, die bei ihrem Parteitag auch eher zugeneigt waren zu so einer Grundeinkommensalternative. Jetzt haben die Jusos gerade die Job Guarantee beschlossen. Also es ist ja, es gibt offensichtlich schon so Milieus, die man so zuordnen kann. Ich will das jetzt nicht so grobschlechtig machen, aber kann man da überhaupt wirklich von einer sozialen Basis sprechen, geschweige denn von einer sozialen Bewegung, die das eine oder das andere ernsthaft tragen, dass man sagen kann, das wird tatsächlich realisiert. Also ich sehe das bei beiden noch skeptisch. Also ich sehe Ansätze jeweils und wie gesagt, ich sehe auch Milieus, die das tragen. Aber zum Beispiel die große Rolle der Gewerkschaften als Träger oder soziale Akteure haben sich nicht klar positioniert. Also ich sehe nicht so richtig, wo der Drive kommt. Auch bei der Klimabewegung weiß ich nicht ganz genau, in welche Richtung das geht. Also ich sehe nicht den richtigen Drive von sozialen Akteuren, die das wirklich umsetzen. Ich weiß nicht, wie eure Einschätzung da ist, aber um mal so einen Reality-Check zu geben, wie realitätsfern oder nah sind die Vorschläge überhaupt? Also ich glaube, dass politisch eine Job-Guarantie viel mehr Erfolgsaussichten hat, gerade wenn man bedenkt, dass viele Leute Unsicherheit an ihrem Arbeitsplatz haben, jetzt kommt Strukturwandel etc. Das heißt natürlich nicht, dass ich den gut bezahlten Job in der braunen Industrie durch einen Job-Guarantie-Job ersetzen will, sondern da brauchen wir Industriepolitik, um neue gut bezahlte Jobs zu schaffen. Aber also Malocher, die quasi arbeitslos werden, auch zum Beispiel im Alter arbeitslos werden, also den allen, den sozusagen, hat Arbeit total viel ausgemacht, ihre eigene Identität auch geprägt. Und da ist es ein viel besser, ist sozusagen die Job-Guarantie der politisch vielversprechende Ansatz. Bei einer jungen akademischen kosmopolitischen Bubble kommt natürlich, die total individualistisch denkt, kommt natürlich ein BGE viel besser an als eine Job-Guarantie. Aber ja, ist die Frage, wo auch eine linke Partei oder eine linke Politik sich sozusagen daran ausrichten sollte. Ich wäre klar dafür, ein ersteres, aber ja. Würdest du das dann so als sozialdemokratisch bezeichnen? Naja, also, ist die Frage, wie weit man geht, also die Produktionsverhältnisse aktiv zu beeinflussen, indem man eine Untergrenze an akzeptablen Arbeitsbedingungen einzieht und in effektiven Mindestlohn, also ist das sozusagen nur sozialdemokratisch oder ist das Sozialismus? Also was ist das, ja, also ich finde, die letzte Frage spare ich mir noch für gleich auf. Also für mich ist das, für mich ist das links, ja, sozusagen das zu ermöglichen und nicht Konsumfreiheit zu ermöglichen. Wenn ich bei Amazon irgendwie Wahlmöglichkeiten bekomme, wenn ich jetzt sarkastisch wäre, würde ich sagen, ja, ich stimme dir Maurice zu, ich meine insbesondere so die SPD und so weiter, die meisten, die diese Jobgarantie auch öffentlich vertreten, sind so stark im marktfundamentalistischen Erwerbsmieters drin, die haben halt ein Problem, sich davon zu lösen und deshalb wird es das wahrscheinlich viel stärker eine Anfreundung mit dieser Jobgarantie geben. Das sieht man auch sehr stark auch bei den Vorschlägen oder überhaupt der Problematik, ob man sich zum Beispiel von dem Hartz-IV-System trennt. Das ist zwar offiziell, zwar bei der SPD geschehen irgendwo, aber irgendwo auch wieder nicht, wenn man die Realpolitik guckt. Naja, ansonsten ist mir das ehrlich gesagt mit diesem Milieu ein bisschen zu platt und ein bisschen billig, so ein Bashing zu betreiben. Ich beispielsweise bin, jetzt, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich in der Katholischen Sozialakademie, da war ich der erste Shushing Fellow und was ich damals nicht gewusst habe, aber dort mehr oder weniger deutlich mitbekommen habe, dass dort zum Beispiel seit den 80er Jahren eine sehr breite auch Bewegung dort existiert, die sich für das Grundeinkommen ausspricht und die sich auch ziemlich stark damit auch auseinandersetzt und da sind ganz unterschiedliche Leute mit dabei. Da sind auch Leute mit dabei, die beispielsweise so Arbeitsprojekte, die fast schon wieder in Richtung Jobgarantie mit unterstützen, die sich auch dafür zum Beispiel engagieren und damit damit anfreunden können. Also das ist klar, so für Künstlerinnen und Künstler ist das natürlich sowieso erstmal eine ziemlich hatte Sache, jetzt gerade mit Corona und damit will ich das ehrlich gesagt auch nicht irgendwie so als so eine irgend so abgehobene Kultur Völlefandsdebatte abgetan haben, weil da gehen immer gerne auch Leute immer mal ins Theater, aber das trifft auch Musiker, Musikerinnen und alle die, die dahinter stehen, die auch arbeiten, die Malochen, die halt Bühnentechniker und so weiter sind. Also da gibt es durchaus eine ganze Breite auch an Leuten, die auch aus dem Arbeitermilieu typischerweise da Interesse hat und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade die Leute, die jetzt eben diese Erfahrung mit Hartz IV gemacht haben und jetzt auch zu Corona-Zeiten, dass die halt sich dadurch auch in der ganzen Breite tatsächlich auch von dem BGE begeistern lassen. Eine richtige Bewegung, muss ich dir zustimmen, Ines, habe ich jetzt auch nicht so ganz wahrgenommen. Ich nehme aber wahr, dass das schrittweise immer wieder nicht nur aufkocht, sondern auch durchaus handfestere, sagen wir mal, Projekte sich etablieren und man sich auseinandersetzt damit und alleine, dass die Grünen das tatsächlich als eine Orientierung, muss man auch dazu sagen. Die haben nicht gesagt, wir machen das jetzt. Das Grundeinkommen, die in ihrer Superstatut da reingeschrieben haben, das zeigt, dass das schon irgendwo in gewisser Weise auch ankommt. Wahrscheinlich ist es vielleicht auch nicht gut so zu denken in solchen großen Bewegungen und dann kommt eine Umwälzung und das war's, sondern wahrscheinlich wird das schrittweise passieren. Und das nehme ich mal an, wird auch bei der Jobgarantie kommen. Und dann werden dann wahrscheinlich Diskussionen in zehn Jahren immer noch darüber geführt werden, aber wir werden die anders führen. Und dann, ja, das dauert dann halt ein bisschen, aber diesen Knall, Bumms, und dann gibt's das, wird's wahrscheinlich so in der Form nicht geben. Aber Sebastian, ein ganz kurzer Punkt nur, du hast eben die Jusos ja erwähnt und quasi gesagt, in den Twitter-Diskussionen, da kommen viele Aspekte dir zu kurz, schau dir den Antrag von denen an, ja, also da steht vieles drin. Überwindung hat's, viel geht damit einher und so weiter und so fort. Also viele deiner, ich würde sagen, Strohmänner sind damit sozusagen, fackeln dann schnell ab. Aber um nochmal die, eigentlich die, die zentrale Frage zu stellen, jetzt unabhängig von Jusos oder Grün oder einzelnen Milieus, was ja eine empirische Frage wahrscheinlich wirklich auch lächelig ist und die man nur mit Umfragen klären kann, die waren sehr grob skizziert. Die gab's außerdem schon in Amerika und Großbritannien, da ist die Zustimmung für die Job-Guarantee meistens über 70%. Also AOC zum Beispiel hat das ja auch mal angeleiert und in dem Zusammenhang gab's dann Umfragen. Also genau, in dem Sinne, glaube ich, wird das spannend, aber trotzdem bewegen sich ja beide Projekte, so wie er sie skizziert hat, beide Konzepte bewegen sich ja immer noch sehr stark eigentlich im Raum des Bestehenden. Also wenn wir zum Schluss die Frage nach Sozialismus stellen, ist ja eigentlich wirklich, wie viel Selbstbestimmung am Arbeitsplatz ist, gibt es einen Hebel, das Profit, den Profitmotiv, das Profitmotiv dadurch auszuhebeln? Gibt es also nicht nur einfach Mitbestimmung im Sinne von, ja, so ein bisschen mitsprechen, inwiefern können tatsächlich diejenigen, die arbeiten, die von ihrem Lohn leben müssen, dann davon befreit werden, von dieser Art kapitalistischer Logik? Also einer fragte auch ganz zugespitzt, an der kapitalistischen Produktionsweise ändert das nichts? Also wie antwortet ihr auf diese ja ganz grundsätzliche Frage, vor allem vor dem Hintergrund, wenn wir sehen, okay, genau diese Produktionsweise vernichtet den Planeten offenbar diese Zeit, auch die zehn Jahre schrittchenweise BGE einzuführen oder Job Guarantee alleine, wird ja auch jedenfalls auch nicht reichen. Also insofern, was ist der transformative Hebel da drin und was ist also sozusagen, wenn wir von einem emphatischen Sozialismusbegriff ausgehen, von Befreiung, aber nicht nur am Arbeitsplatz, Demokratisierung aller Lebensbereiche, dann ist das, wirkt es immer noch ziemlich dünn, ehrlich gesagt, oder noch nicht so überzeugend, dass man denkt, die Emphase des Sozialismus ist doch eigentlich noch viel größer als eben Einkommen oder Arbeitsplatz zu haben. Aber ich meine, gerade die Jobgarantie, ja, da wird sozusagen die Bedingungen, die dann in dieser, für jeden zugänglichen, öffentlichen Alternative sind, ob es der Lohn ist, ob die demokratischen Praktiken am Arbeitsplatz, also man, wie man quasi Entscheidungen getroffen werden, die Arbeitszeit, die Pausenzeit, die sozusagen Lohnnebenleistungen, also wird dann irgendwie noch Kita dazu bezahlt oder keine Ahnung was, also die Arbeitsbedingungen einfach, die in der Jobgarantie geschaffen werden, sind die Untergrenze, die quasi eingezogen wird in den gesamten Arbeitsmarkt und das hat doch total transformatorischen Charakter, je nachdem, wie man es dann ausgestaltet, ja, wie progressiv man es dann macht. Aber genau das fehlt sozusagen, ja, dem BGE, dass es eben nicht diese Alternative schafft und kein Gesetz ist so stark wie eine für jeden zugängliche Alternative. Das sehen wir beim Mindestlohn, der wird unterlaufen, etc., pp., wenn arbeiten will zum Mindestlohn, aber keinen Job findet, bekommt man ihn nicht. Mit einer Jobgarantie hast du quasi das Recht, du kannst es sozusagen einklagen, dass du ein Mindestlohneinkommen beziehst und entsprechende Arbeit bekommst. Und beim BGE, das ist eben angesprochen, ja, also den Versuch, den Kapitalismus zu überwinden, indem man dann Konsumchecks ausstellt, die wieder nur das kaufen können, was der Kapitalismus herstellt, ist für mich ein Widerspruch in sich selber. Ist also eine Dystopie zu malen, das ist quasi, nachher haben wir eine Demokratie an Konsumenten, aber eine Aristokratie an Produzenten. Wir kaufen dann bei den Jeff Bezos dieser Welt, die produzieren in ihren Megafactories zu schlechten Arbeitsbedingungen ihre Güte und wir haben aber alle Konsumchecks und können damit einkaufen. Und irgendwann dann lesen wir das Buch von Friedman und Segen, dass er das da alles vorgeschlagen hat und Scheiße. Aber die Jobgarantie bräuchte dann ja auch eine sehr organisierte Arbeiterschaft, dass eben die Jobgarantie nicht nur ist, einen Arbeitsplatz zu haben, sondern eigentlich auch über die Produktion zu bestimmen und eigentlich, also mir fehlt trotzdem immer noch dieser eine Hebel, dann zu sagen, ist denn die Seite der Arbeit dadurch so stark gestärkt, dass man sagt, okay, also wir schaffen, uns gehört ja deswegen nicht, uns gehören die Produktionsmittel ja nicht, weil wir eine Garantie auf dem Job haben. Ich meine, das ist sozusagen eine andere Frage, wie ich den Privatsektor organisiere. Die Jobgarantie ist quasi das, was außerhalb des Privatsektors ist und auch die Frage, wie groß soll der öffentliche Sektor allgemein sein, also der reguläre, ist unabhängig von der Jobgarantie. Der soll so groß sein, wie wir das meinen und Gemeinsorientierung soll da gelten, wo wir es meinen und Profitorientierung da, wo wir es meinen, aber der Rest ist sozusagen dann Jobgarantie. Aber die ist losgelöst von der Frage, wollen wir private Krankenhäuser oder öffentliche? Aber eigentlich, genau, also das ist, glaube ich, die Frage, dass man vermutlich ja die meisten diese Emphase oder auch das, wo ich sagen würde, dass es die Emphase, die ich darauf legen würde, was Sozialismus bedeutet, dass wir ja eigentlich diese Privatwirtschaft als solche abschaffen müssten und nicht einfach nur den Bereich definieren müssten. Das wäre eigentlich das sozusagen System überwindende. Ja, die Jobgarantie ist der Hebel quasi, um den Privatsektor zu verändern. Also nicht, um den abzuschaffen, wenn man so will. Dafür bräuchte es andere Politik. Also Horses for Corses, ja. Verschiedene Pferde für verschiedene Rennen. Aber da ist jetzt aber ein Widerspruch, wenn du vorhin sagst, dass die Jobgarantie-Jobs sollen halt nicht den Privatsektor irgendwie beeinflussen. Jetzt willst du eine Jobgarantie. Ich sage nur, ich sage nicht, dass... Das ist aber ein Widerspruch, wenn du jetzt sagst, ja, wir sollen jetzt im Prinzip den nicht beeinflussen, aber dann doch irgendwie, also irgendwie steht das ein bisschen komisch im Raum. Kann ich ganz kurz klarstellen. Der sollen keine Tätigkeiten, also keine Produkte, die im Privatsektor produziert werden, sollen mit der Jobgarantie produziert werden. Aber Arbeitsverhältnisse konkurrieren natürlich zwischen Jobgarantie und Privatsektor, also Arbeitsbedingungen. Das sind zwei Paar Schuhe. Okay, also das Argument ist, an der einen Seite wird dann trotzdem die Seite der Arbeit gestärkt, so wie ich das verstehe. Sebastian, aber du musst auf die Frage trotzdem auch noch antworten, was die Transformationsstrategie ist, weil tatsächlich eben auch da, da sehe ich es sogar noch ein bisschen kritischer als bei der Jobgarantie, aber beides ist nicht letztlich überzeugend, weil tatsächlich da eben gar nichts von dem Produktions, da kommen wir wieder ganz am Anfang hin, von der Produktionssphäre direkt verändert wird und eine Stärkung derjenigen, die da arbeiten, egal ob im Sinne von Mitbestimmung über die Produktion, geschweige denn Besitz der Produktionsmittel überhaupt eigentlich nicht in Frage steht. Also der Punkt ist, dass die Frage, ob sich das, ob es da ein Transformationspotenzial drinsteckt, auch sehr kontrovers diskutiert wird in der BGE-Szene. Also ich würde jetzt sagen, habe ich vorhin schon erwähnt, es gibt einen schönen Artikel von Hannah Ketterer, die das auch noch mal aufschlüsselt mit Blick auf die Postwachstumsekonomie und da kann man das ganz gut erklären. Die sagt nämlich, naja, die Jobgarantie, Entschuldigung, das BGE ändert ja jetzt erst mal nicht direkt an diesen Arbeitsverhältnissen etwas oder dadurch, dass es so einen Erwerbsmythos gibt, aber es bietet im Prinzip das Transformationspotenzial. In dem Moment, in dem ich halt nicht gezwungen werde, in irgendeinen Job reinzugehen, was halt das BGE ganz bewusst, ja, sagen wir mal, auch vertritt, kann ich dann auch sagen, ich entziehe mich diesem Erwerbs-, also diesen Druck, im Prinzip Arbeiten, Lohnarbeiten zu müssen, um mein Einkommen zu erzielen, um am Leben bleiben zu müssen. So, und wenn das gesichert ist, kann ich auch ganz anders zum Beispiel über meinen Konsum nachdenken. Ich kann verzichten, kann mich anders organisieren, ich kann, ich hatte das vorhin schon auch gebracht, die ganze Geschichte mit sich beispielsweise in den Genossenschaften organisieren, das wird da auf eine etwas andere, auf eine andere Ebene gestellt, ich habe dann tatsächlich ein Einkommen, wo ich nicht, oder ich bin in einer Situation, wo ich nicht mehr um meine materielle und soziale Existenz bangen muss. Und daraus kann dann Transformationspotenzial entstehen, sei es beispielsweise eben durch, dadurch, dass ich halt tatsächlich Zeit habe, um dann mich politisch zu engagieren, sei es dabei, dass ich dann auch beispielsweise eben gesellschaftlicher Tätigkeiten, die sinnvoll sind, im Nahkreis mache. Es gibt eben viele Sachen, die dann auch beispielsweise Zeit benötigen und es gibt beispielsweise Postwachstumstheorien oder Ansätze, die sagen, naja, vielleicht muss ich auch viel stärker wieder darauf zurückgehen, meine Sachen selber zu reparieren, einen Anspruch haben, dass Produktionsketten oder Produkte so hergestellt werden, dass ich sie dann auch entweder selber reparieren kann oder selber reparieren lassen kann, nicht so wie das heute mit solchen Wegwerfsachen ist, das braucht aber dann auch Zeit und die habe ich dann mit dem Grundeinkommen, so argumentiert man da und das hätte zumindest das Potenzial, Schritt für Schritt transformative Schritte einzuleiten. Der wesentliche Knackpunkt, der hauptsächlich gesehen wird, ist tatsächlich, dass man im Erwerbsmythos drinsteckt und durch dieses Hamsterrad seine Lohnarbeit oder sein Leben, seine Arbeits- und Lebenszeit zu verkaufen, um sich am Leben halten zu müssen, auch ein unheimliches Drohpotenzial und so weiter mit bedeutet und das würde mit diesem Grundeinkommen, so würden viele da in dem Kontext argumentieren, ein bisschen wegfallen und dann hätte ich möglicherweise auch das erste Mal auch tatsächlich eine freie Demokratie für Gesellschaft, wo ich dann halt ohne Existenzängste tatsächlich dann auch meine Entscheidungen treffen kann, so argumentiert man da. Also man hat mehr Zeit, sich zu organisieren, um sich dann gegen die Kapitalisten aufzulehnen, aber der Kampf bleibt ja immer noch bestehen, würde ich Also das, was ich habe, kann man mir nicht wegnehmen. Der Kapitalist in Anführungsstrichen kann mich immer damit bedrohen, dass ich den Job nicht mehr bekomme, dass ich rausfliege und damit habe ich keine Existenz mehr. Aber bei Maurice würde der Staat einspringen. Ja, sorry, ich wollte sagen, Lebensstandard, den du glaubst, dass der dir sicher ist, der ist nur dem Einzelnen sicher, weil alle anderen weiter in der kapitalistischen Produktion die Güter und Dienstleistungen produzieren, weil wenn alle anfangen jetzt, das sein zu lassen und sich in Genossenschaften zu organisieren und eigene Zucchini im Garten anzubauen, dann sinkt unser realer Lebensstandard und dann kannst du mit 1200 BGE eben nicht den Lebensstandard realisieren, den du heute realisieren willst. Das ist makroökonomisch sozusagen blauäugig und total aus einer individualistischen Perspektive. Du schließt vom Individuum auf die gesamte Gesellschaft. Das ist ein Kompositionsfehler. Felicity of Composition nennt man das. Aber du machst doch genau das Gleiche. Du sagst, du willst mit deiner Jobverhandlung auch solche tollen gemeinnützigen, gemeinwohlförderlichen Tätigkeiten fördern. Also ich werde da mal ein bisschen vorsichtig mit diesem Vorwurf, zumal das im Endeffekt jetzt auch ein sehr, sehr negatives Stereotyp reproduziert. Ich glaube auch, wir sollten nicht wieder zu den Vorwürfen zurückgehen, weil da waren wir am Anfang schon erwarten. Zwischenzeitlich eigentlich ein ganz gutes Ergebnis, nämlich dass ihr euch auch eine gemeinsame Versöhnung vorstellen könnt und sich Job Guarantee und eine Art Mindestsicherung jetzt nicht ausschließen. Das war eine wichtige Frage, die wir zumindest heute beantwortet haben. Den Kapitalismus werden wir mit beiden Konzepten nicht überwinden. Das war uns auch schon vorher klar, aber zumindest haben beide nochmal argumentieren können, warum das vielleicht trotzdem eine Transformationsperspektive ist. Wir machen ein Magazin für demokratischen Sozialismus, deswegen haben wir einmal kritisch nachgefragt, weil das die beiden Konzepte sind, die jetzt so auf dem Tisch liegen und trotzdem werden wir natürlich auch weiterhin, und das haben wir auch in der letzten Ausgabe gemacht zum Ost-New-Deal und auch in den nächsten Ausgaben und auch in den nächsten Artikeln, die wir online bringen, die könnt ihr immer frei zugänglich lesen, nicht nur diese Debatte weiterführen, sondern auch grundsätzlich uns fragen, wie sieht Sozialismus im 21. Jahrhundert aus und wie ist er umzusetzen und da werden diese beiden Konzepte auch immer wieder eine Rolle spielen, aber darüber hinaus natürlich, wir versuchen alle wirtschaftspolitischen Debatten und Streiks, ich sage es nochmal, die Akteure sind jetzt so ein bisschen hinten rübergefallen, die halte ich eigentlich für zentral, also welche Menschen sollen es eigentlich fordern und umsetzen und tun. Die Frage werden wir auf jeden Fall weiter begleiten und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr weiter mitmacht, wenn ihr das Magazin lest und abonniert unter jacobin.de slash Abo, denn nur so können wir eigentlich wirklich eine Vorstellung davon gewinnen, wie eine andere Gesellschaft aussieht, eine sozialistische Gesellschaft. Ich bedanke mich bei euch beiden für die rege Debatte, gegenseitig mit ein paar Vorwürfen, vielleicht auch ein bisschen fies, aber ich hoffe, insgesamt hat es dem Verständnis, war es da zuträglich, und ich bedanke mich auch für eure Fragen, ich habe versucht, die alle aufzunehmen und genau, wir sehen uns dann bald bei dem nächsten Jacobin-Livestream hoffentlich wieder und ihr könnt nochmal die Artikel auch von Maurice und Sebastian online nachlesen und das Ganze nochmal nachverfolgen, vielleicht wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns so hier treffen und ja, schönen Abend. Schönen Abend, macht's gut. Danke, Ines.